Musik Hi meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute gibt es für euch eine neue Naruto Box und zwar Staffel 19 Box 1. Die heute frisch bei mir angekommen ist. Ist auch schon ein bisschen länger draußen, ich glaube einen Monat oder so. Und jetzt gibt es sie endlich für euch, wenn ich die Folie abbekomme. Ich hole meine Schere mal schnell. Folie ist ab. Unser FSK Logo ist aufgedrückt. So, ich zeige euch erstmal noch die andere Seite. Und dann haben wir hier die Rückseite mit den Episoden 614 bis 623. Als Extras kriegen wir Settings, Storyboard, Trailer, eine Bildergalerie und diesen hübschen Original Artwork Flyer. So, dann. Wir haben Altsprachen Deutsch und Japanisch und das Ganze geht 222 Minuten lang. Und dann können wir auch schon reinschauen, wenn ich es rauskriege. So. Dann, Disc Nummer 1. So sieht sie nochmal vorne und hinten aus. Ich bin schon richtig gespannt auf die Folgen, auch wenn es nur Fillerfolgen sind. So, dann haben wir hier KSM Werbung, die ziemlich neu ist. Schauen wir mal rein. Genau, ähm, ich muss mal kurz schauen. Okay. So wie das hier aussieht, sollte Staffel 19-1 eigentlich ein anderes Cover haben. Seht ihr das hier? Okay, und 19-2 kommt ja diesen Monat raus. Okay. Ich bin gerade ein bisschen geflasht von diesem Alternativ-Cover von 19-1. Aber, ja, hätte auch gepasst. Aber, ja, ich finde 19-1 das Neue jetzt ein bisschen schöner. Aber, gut, genug von der Werbung. Dann haben wir hier unseren Artwork Flyer. Genau, das ist das Motiv, was eigentlich auf der Box drauf gewesen wäre. Wahrscheinlich, vielleicht ist es auch nur ein Druckfehler, keine Ahnung. So, und dann haben wir hier noch unsere Scheibe. Und dann noch Disc Nummer 2. Auch wieder mit unseren Extras drauf. Und dann hole ich euch hier die Scheibe einfach mal raus. Dann sieht man das besser. Die Scheibe klebt irgendwie ein bisschen am Rand. Und dann war es schon mit dieser Box. Hoffentlich kriege ich die andere auch bald und schnell. Ich muss mal schauen, wann ich sie mir hole. Aber, ja, eigentlich wollte ich mir diese Staffel erstmal nicht kaufen, weil es, wie gesagt, nur Fillerfolgen sind. Aber dann habe ich halt trotzdem zugeschlagen. Und ich hoffe, das freut euch. Und wie immer, wir sind am Ende. Und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.